Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spaß am Wochenende. So ab ins Hausprogramm. Erst 32 Spieler? Ah, so langsam hat es sich gefüllt. Ah, der Ritterparcours. Warum brauchen wir noch so lange zum Laden? Ja, das wurde ein bisschen verändert. Da sind jetzt diese Klingen. Die waren früher nicht da. So, alle durch. So, erster Checkpoint. Hä, wieso bin ich so geflogen? Ja, geschafft. Und jetzt hier runter. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Und durch. Hä, hä. Nur noch neun müssen durch. So lange müssen wir warten. Oh, hooo. Wow. Patrick. Oh! Wieso dauert es doch zu lange, ein Spiel auszuwählen? Was zur Hölle? Warum? Warum dauert das denn so lange? Tja, Hunger! Toll! 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 So, das war passend noch drüber gekommen Und geschafft Und danach kam so richtig das Pulk An Leuten Na, was kommt jetzt für ein Spiel? Ich werde oben bleiben Es sind nur 28 Leute Waren das nicht eigentlich mehr? Oder sind welche rausgegangen? Weil Teamkollegen rausgegangen sind Rausgeflogen sind Na, was kommt jetzt? So Das ist einfach Oh, jetzt kommen die Sprunganlagen Das wird immer größer Oh, jetzt kommt das Oh, die hat's noch erwischt Jetzt sind wir nur noch zu 15 Glaube ich zumindest Na, jetzt ist 16 Zehenspitzen Oh, weia Da hab ich jetzt keine Ahnung Wo ich lang muss Äh, jetzt ist die Frage Wann Wieso guck ich da unten Wenn ich wieder auftauche Oh, jetzt ist die Frage Wieso? Oh, jetzt ist die Frage Ja, jetzt ist die Frage So Wie lange brauche ich jetzt Um in ein Programm reinzukommen Wir sind jetzt gerade nur 34 Liegt jetzt an der Uhrzeit Da fehlen noch welche Das neue Spiel was reingekommen ist Und ist Ich finde es ist nicht leicht Dieses Spiel ist nicht leicht Da fliegt man sehr schnell runter Vor allen Dingen am Ende Der Anfang ist kein Problem Blocken die mir den Schwungweg ab So Er schiebt mich nicht So und jetzt Jetzt zu denen hier Und die sind das eigentliche Problem Na Einmal solltiert und rein Jetzt ist die Frage Wie viele schaffen die das hier jetzt In der Zeit Wie ist er da rauf gekommen Ich habe eine Vermutung Wie er es geschafft hat Über dieses drehende Teil Ist er drauf gehopst Und dann da drauf gelandet Okay der ist noch hier So So, das müsste es gleich gewesen sein. Letzte lässt sich aber Zeit. Und jetzt kommt der Ritterparcours, mal wieder. Und los, an den Sicheln hier vorbei. Ja, schieb mich durch in die Schlucht. So, müsste es hier durch sein? Ja. Was war das denn? Haben sie mich da reingeschoben? Der macht es aber spannend. Dieser Sonic. Horta, okay. Mal gucken, in welchem Team ich bin. In gelb. Ich sehe es schon. In gelb. Nö. In blau. Ich wusste gar nicht, dass ein anderer das Kostüm hier hat. Ich weiß es nicht. Wir müssen die zwei behalten Wir müssen noch einen dritten herholen Viele Sachen fühlen sich nicht richtig synchron an Und da einen vom Roten raus Na Wieso Wieso so spät Verlassen Ich habe verlassen gesagt Und nein Nicht in diesem Menü rein Bitte Wenn dann schon in dieses Menü hier Oh Was ist denn das Statt sich hin Sind denn diese Bälle Wieso ist das da unten ein Ich lasse es lieber Das ist mir ein bisschen zu Ja unsicher Das ist ein bisschen zu Das ist ein bisschen zu Einfach durch. So, jetzt müssen wir nur noch sechs durch. Ist der einfach rausgegangen? Ich glaube, ja. Oh, schwindelnde Höhen. So, immer den Lauf entlang. Oh, ja. So, jetzt hier hoch. Und geschafft. Warum, warum? Dieser Ball da ist einfach da stehen geblieben, oder was? Was sind das für Bälle? Diese schwingenden Bälle. Hey, den hatte ich doch. Oh, waja. Der Ball ist in die ganzen Riga. Den habe ich, den habe ich gekriegt. Ich glaube, das verliert Rot. Das verliert Rot auf jeden Fall. Nur noch 20. Gucken, was jetzt für ein Spiel kommt. Oh, das Sprungclub. Mal gucken, wie viele überleben müssen. Acht müssen ausscheiden. Heißt ein Zwölferfinale. Noch ist keiner ausgeschieden. Oh, so langsam wird es schneller. Oh, so langsam wird es schneller. Oh, das war aber ganz schnell. Oh, das war aber ganz, ganz schön schnell. Oh, ho, 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 ho. Anscheinend ist keiner runtergefallen Gewesen Aber beim Runterfall noch qualifiziert Da war einer schneller unten als ich Das Finale also Ich bin ganz vorne Wir sind wieder auf einmal schneller Was zur Hölle ist ohne Grund schneller geworden Wieso wurde das amma so super schnell Obwohl da nichts war Und ich würde sagen Das war eine weitere Folge von Spaß am Wochenende Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal